Bei den royalen Terminen von Prinz William und Prinzessin Kate kommt wirklich selten Langeweile auf. Vom Cocktail-Mix-Battle in Nordirland bis hin zu einer Box-Einlage in London. Das britische Thronfolgerpaar weiß, wie Entertainment funktioniert. Beim 10. Jubiläum der Wohltätigkeitsorganisation Coachcore in der Copperbox-Arena in London zeigt Prinz William bei einem Box-Battle eindrucksvoll, was in ihm steckt. Sein Blick ist eisern und die Fäuste sind geballt. Sportlich-sportlich, William. Und Kate? Die beobachtet ihren Gatten lieber mit einem Schmunzeln vom Spielfeldrand. Scheinbar schlummern in dem 40-Jährigen noch so einige Talente, die entdeckt werden wollen. Die Wohltätigkeitsorganisation Coachcore wurde 2012 von der Royal Foundation mit dem Hintergrund ins Leben gerufen, einen nachhaltigen Beitrag zum Erbe der Olympischen und Paralympischen Spiele 2012 in London zu leisten. Seitdem hat Coachcore mehr als 750 benachteiligten jungen Menschen auf ihrem beruflichen Werdegang unterstützt. Vielleicht ist Prinz William ja nach dieser kurzen Box-Einheit auf den Geschmack gekommen und schnürt von nun an öfter die Boxhandschuhe.